hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal und wie ihr schon hören könnt oder im titel gelesen habt haben wir ein anrad von mikrofoneinsatz im helm jetzt verbaut und das stelle ich euch heute einmal vor beziehungsweise zeige euch die tonqualität die ist jetzt deutlich deutlich besser als die von dem hjc smart 21 b im vorigen nenne ich das nur noch hjc oder smart und ja ich habe jetzt ja das video hochgeladen gehabt und dann habt ihr ja unter darunter geschrieben dass der sound miserabel ist und ich habe es natürlich auch selber gemerkt dass es überhaupt nicht zufrieden stellen und auch überhaupt nicht so wie ich es mir vorstelle ich bin jetzt beigegangen habe dort noch mal mit dem dj mic 2 ausprobiert habe da das rote lavalier mikrofon ich glaube das ist lavalier go oder wie das heißt verlinke ich natürlich unten in der video beschreibung und nehme jetzt den sound direkt auf dem dj mic auf also habe keine verbindung zwischen dj mic und der insta 360 weil das ist einfach viel zu schlecht zu überdrehen übersteuert und 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 das funktioniert glaube ich erst mit der vernünftigen empfängereinheit und deswegen das dj mic nimmt intern das einfach viel viel klarer und besser auf und in einer viel viel besseren breite so dass man da nicht sofort übersteuert ich könnte das natürlich auch direkt vorne in den helm packen werde ich sicherlich auch noch mal ausprobieren aber so ist das natürlich auch eine feine sache ich zeige euch jetzt mal wie ich das ganze darin verbaut habe habe ich ja die neue insta 360 x4 habt ihr das letzte video schon gesehen und was ihr natürlich auch bemängelt habt und ich selber auch ja ist der schlechte ton der dann über das smart 21 b von hjc dann zur kamera gesendet wird das ist sicherlich auch darauf zurückzuführen dass irgendwie diese bluetooth kommunikation nicht so ganz koscher ist weil mit dem mit dem dj mic was ich hier in der hand habe ist das auch nicht so ganz pralle deswegen nehme ich jetzt wieder direkt auf dem dj mic auf habe dazu in dem helden rodel lavalier mikrofon verlegt und das ganze sieht dann wie folgt aus ich hoffe ihr könnt das jetzt vernünftig sehen und zwar bin ich hier hinten mit dem stecker ist glaube ich nicht oder hier ths txs also diesen klinken stecker nicht klinke gehe ich hier hinten rein das läuft dann hier rum und geht dann vorne da seht ihr es vielleicht hier in die in den kinnbereich des helms und dann kann ich einfach das dj mic nehmen steckt den stecker ran und aktuell befestige ich das dann einfach hier mit einem clip und das soll natürlich noch ein bisschen anders werden vielleicht machen wir uns hier noch eine halterung hin die wir uns selber ausdrücken so dass das ein bisschen professionell aussieht aber das ist erst mal so mein setup wie ich das so nutze und der ton werdet ihr gleich sehen der ist auch relativ passabel wir haben uns jetzt noch so ein puschel bestellt so mikrofon pustel bis größer wollen wir auch schneiden und den mache ich dann hier vorne einmal so komplett über die mikrofone drüber ist ja auch noch einmal das schwanheits mikrofon vom smart hjc d21b und dann das von dem rode lavalier mikrofon und dann verspreche ich mir echt einen wirklichen top sound so ihr habt es gesehen ist eigentlich relativ simpel ich habe nur das mikrofon verlegt mit klinken stecker ich brauchte noch einen adapter da drauf weil sonst funktionierte das nicht ich weiß nicht wie es heißt trrs und trs what the fuck ja ist halt so die bezeichnung glaube ich nicht dass ich euch jetzt auch noch was falsches erzähle und ja damit funktioniert es dann ganz gut ich habe vorne das erstmal mit klett befestigt wollte ja noch ein puschel holen so dass diese boost geräusche oder ja windgeräusche vom atmen dann auch minimiert sind und dann haben glaube ich richtig richtig geilen sound ich glaube das ist dann richtig bombe ja das so will ich das jedenfalls haben und ich hoffe dass ich euch jetzt auch kein blödsinn erzählen und der sound im moment auch echt gut ist also jedenfalls klar von der stimmung und so weiter ja das dazu so habe ich das jetzt aufgebaut im endeffekt muss man dann sagen den zweck wofür ich mir das smart also das hjc sma 21b geholt habe nicht gebrauchen kann leider ich hätte mir damals mehr drunter vorgestellt ich werde es natürlich behalten weil es super zum helm passt und als intercom man braucht den intercom irgendwie und dann kann man sich auch mal mit anderen unterhalten ja das dazu und kann auch mal unterwegs bisschen musik hören auf dem weg zur arbeit oder wie auch immer dann ist das nicht so langweilig oder so wie ich da kann ich mir dann hier radioinfo anhören das war nicht mal spaßig im auto tatsächlich die meiste zeit in der informe also nachricht aber politische gründe und ja das ist nun mal dazu gemeint also das ist so meine meinung dazu ich glaube der sound ist jetzt echt gut ich hoffe es kommen ein paar motorgeräusche rum ich habe jetzt die insta 360 x4 natürlich auch an die nimmt jetzt auch direkt auf selber noch mal extra die geräusche so von der umgebung und das mit dem windgeräusche filter aktiv den habe ich angemacht zum menü punkt und vielleicht bringt uns das ja sogar noch ein paar authentische motoren geräusche also im zusammenspiel dann mit dem mit dem dj mike mit der aufnahme und die interne aufnahme der der x4 wäre natürlich doppelt nah ist aber das müssen wir ausprobieren und ja da wäre es natürlich ganz schön wenn ihr das in die video beschreibung schreiben video in die kommentare schreiben würde ich bin richtig gaga haben wir ja noch sitzung ja wenn ihr das in die kommentare schreibt wie ihr den ton jetzt dann aktuell seht ob der gut ist ob der zufriedenstellende ist ob wir damit leben können auch da auch nichts hat er jetzt nicht rein nur um nicht zu verarschen dass der miserabel ist und eigentlich ist er gut und ich mache mir dann wieder tagelang wochen lang kopf darüber wie ich das besser hinbekommen wenn natürlich nicht so ein eis also bitte nicht ärgern ja und dann gibt es noch ein paar punkte die man jetzt auch eben ansprechen kann das läuft ja jetzt nebenbei und ja ich bin natürlich am überlegen welchen lenker ich habe ich ja schon ein paar mal in den videos gesagt und ich bin jetzt aktuell eigentlich zu 95 prozent davon überzeugt dass ich mir diesen shabby 11 zoll hohen lenker hole dann brauche ich hier nichts verlängern habe cool optik finde ich also ich finde mega cool von der optik neue griffe müssen natürlich ja damit diese fahrrad griffe hier endlich mal weg sind da wollte ich mir wahrscheinlich die von avon holen sind auch preis leistungsmäßig über 80 90 euro angelietert der lenker 300 und dann wollte ich in dem zuge natürlich auch die blinker vorne neu machen und mir dann die heinz bikes nano holen aber dann bist du gleich wieder grob überschlagen 300 dann nochmal 90 die die griffe dazu bis bei 390 dann im monat bis bei 540 550 euro wahrscheinlich mit versand und so das ist natürlich eine hausnummer die man dann gleich wieder ausgeben muss auf der anderen seite habe ich dann wieder content für euch ihr könnt euch das angucken wie euch das so gefällt ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen mit die dinger selber zu drucken diese gabel cover werde ich aber auch machen gabel blenden aber wie auch immer wie man das schimpfen möchte und ja das sind so die nächsten sachen dann hatte ich noch mal geguckt wie eine coolen biker tasche die ist natürlich von orletanos ja ich muss natürlich jetzt eben kommen mit dem geld dass ich nicht zu viel auf einmal auspulver weil wir fahren ja nächsten monat und urlaub und so weiter und so fort muss erstmal dann wieder ein bisschen sparen aber im gucken wie es mache ob ich mir erst nur den lenker hole und dann alles nach und nach umbau oder erst die die blinker oder halt nur die griffe erstmal aber ich denke mal nur die griffe erstmal nicht die werde ich mir wahrscheinlich zusammen mit dem lenker dann holen aber vielleicht blinker zu anfang ja muss man mal gucken also ich bin da noch ein bisschen unschlüssig welche reinfolge ich das machen wie ich das jetzt mache ich steht aber eigentlich relativ fest dass ich es macht ja das zu dem thema ansonsten muss nur knapp 200 kilometer fahren kann ich auch reise machen zur inspektion nächste woche noch mit dem bike zur arbeit fahren habe ich und ja dann müssen wir da mal hintingeln und ansonsten was gibt es denn sonst so neues ja er empfängt heute abend an ich wollte noch bestimmt ein bisschen besucht ja heute geburtstag und da will ich heute ruhe fußball gucken denke auch mal dass die deutsche nationelle hier davon aus dass sie fulminant ins turnier starten wird hoffe ich zumindest und sich wirklich selbstvertrauen holen und wirklich gas gibt gegen schottland und einige spieler dann vielleicht auch ein tor erzielen dieses selbstvertrauen eben gebrauchen können um diese diese sicherheit zu kriegen dann wäre es natürlich geil im zweiten spiel gleich nachzulegen dass man daran unentschieden oder auch gewinnt und dann schon quasi durch ist und im dritten spiel sich dann noch mal form holen kann das wäre schon echt wünschenswert ich glaube auch die stimmung in diesem land ist im moment was die nationalelf angeht muss ich echt sagen dass die besser als sonst ich weiß nicht ob es daran liegt dass die jetzt bei uns im land ist ich gehe aber auch echt davon aus dass es einfach daran liegt dass er ein bisschen aufgeräumt hat paar gestandene raus kann man finden wie man möchte klar die haben auch ihre fußballerischen qualitäten aber wenn man die als zweite geige mitnimmt dann glaube ich auch dass die sich nicht ganz ruhig verhalten werden denn das ist ja ein sport leistungssport und die wollen natürlich alle spielen das ist einfach so und wenn du dann ein paar jüngere hast oder neue neue ankündige die qualitätsmäßig vielleicht nicht ganz auf dem top level sind aber halt der wille dann noch da ist die noch hungrig sind die wollen dann ist das natürlich legitim und finde ich eigentlich auch ganz gut und wie gesagt ich glaube es hat auch so ein bisschen dazu geführt dass wir wieder ein bisschen positiver denken von der nationalelf die letzten spiele war nicht schlecht haben gut performt klar so immer mal wieder eine halbzeit dabei nicht so gut ist aber das muss sich finden sind viele junge spieler dabei torwart frage stellt sich für mich auch überhaupt nicht auch wenn ich denke dass der stegen hätte spielen müssen aber ich finde man muss dem neuer jetzt auch das vertrauen geben und ich glaube der wird uns auch nicht enttäuscht kann ich mir nicht vorstellen ich glaube der ist nach dem ersten spiel wenn sie gut reinkommen so abgebrüht und wird wieder eine tragende säule das dazu will euch jetzt auch nicht nur mit fußballen ich denke hier macht das alle mit und dann drücken wir deutschland heute abend richtig doll die daumen und freuen uns dann auch über den sie gegen schottland ja was haben wir noch auf dem ski am wochenende gehe ich wieder arbeiten da fahre ich jetzt heute und gestern frei und wir wollten gestern morgen noch schön frühstücken gehen sind auf dem weg dahin gewesen und dann ja fingen unsere kleinen an im auto zu sprungen und dann konnte sich das auch wieder absagen das ist real live mit kindern aber haben sie dann hier was für zu hause geholt ist auch gut kann man ja nichts für tut einem ja leid für die kleinen schnuffis gestern abend sitzung gehabt ging es um die zentral klinik bei uns das ist ja das mega bauprojekt bei uns sind in den südhochmann land tschuldige ja und ja was gibt es denn noch so neu ist das mal drüber nachdenken denkt 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 ja da muss ich noch mal gucken wie man am besten videos schneidet diese insta 360 studio ist mir irgendwie zu umfanglos da muss man so audiosachen kann es da nicht wirklich reinbringen nur so ganz leicht und das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig jetzt mal gespannt nachher wenn ich dann diese tonaufnahmen zusammenfüge wie simpel das alles geht und ob ich da ein bisschen auch ein equalizer habe den ich bis jetzt noch nicht finden konnte aber man hofft es natürlich nach wie vor dass da hier uns ist sonst müssen wir uns natürlich auch noch mal nach einer anderen möglichkeit umschauen ob das dann da vinci ist oder adobe premiere final cut oder wenn wir eben gucken du guck doch nicht so böse du smiley du wir gucken auch schon rum ja sonst in drei wochen ja schon jeden zwei wochen sind sommerferien ja zwei wochen zwei wochen noch mal einen kleinen geburtstag wird die schon zwei und dann sind auch schon sommerferien ich krieg dann zwei wochen später urlaub ja oder eine woche später ja eine woche später cool da muss ich jetzt ja nur noch drei wochen arbeiten nice das ist richtig nice drei wochen arbeiten da wollen wir noch irgendwie wochenende noch durch flexen ein zwei drei projekte für die kriegen und da müssen wir sehen was die zeit so bringt und drei wochen und wir sind schneller wieder da als man meint mal sehen wir fahren ja nach marfel nach holland ich hab schon gesagt vielleicht doch noch in ein zwei tage dranhängen wenn die möglichkeit besteht und ja was wir gucken ja ein fahrradfahrer vor uns ein maler Hier drehen wir auch eben wieder um. Bumm, 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 bumm. Ja, sollte ja nur eine kurze Runde werden, um euch die Turnaufnahmen näher zu bringen. Ja, das war so das Ziel von dem Ganzen. Ja, mit der Insta bin ich eigentlich sehr zufrieden, ich finde die liefert auch gute Aufnahmen, muss ich echt sagen. Die ist mir gerade schon runtergefallen, direkt auf diese, ich hab da ja so Schutzlinsen drauf, auf Standard, Garz, ist da draufgefallen, auf dem Boden, auf Fliesen und ich dachte, scheiße. Aber, ist heilig geliehen und die Linse ist meines Erachtens auch nicht zerkratzt, also echt Glück gehabt, also wirklich. Jetzt auch haben wir überlegen, wie diese Hardglass-Dinger zu holen, diese Premium gelesen sind, einfach weil diese glaube ich aus Kunststoff sind und die sind glaube ich aus eben so bruchfestem Glas oder kratzfestem Glas. Und die kosten glaube ich auch nur 30 Euro oder 40 Euro, ich glaube ja 40 Euro. Aber, dann hast du das Ding geschützt, ne? Also, gerade so am Motorrad. Man weiß ja, wie das Ganze dann so laufen kann. Ja, jetzt kann das Männchen ein böses Gesicht zeigen. Wir halten uns an die Geschwindigkeiten, ne? Ja, anscheinend auch nicht. Naja. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr zu dem Lenker so reinschreibt, ob ihr den auch cool findet. Ich habe euch den ja eingeblendet. Meiner kleinen Tochter erstmal, man spricht ja immer so drüber, vielleicht kennt ihr das auch mit den Kindern, was man früher so geguckt hat im Fernsehen. Die können sich das ja gar nicht vorstellen, dass es da kein Netflix und Prime und Disney und so gab. Können die sich ja echt nicht vorstellen. Die fragen ja schon, wenn du mal Fernseher an hast und Werbung kommt, was das Ding, wie das nicht guckt. Das ist schon lustig. Und dann habe ich ihr gesagt, so Gummibärtenbahnen, die gab es früher auch. Und dann fing es ja an, hier, dass eine aus ihrem Kindergarten immer so ein T-Shirt anhand mit Glücksbärchis drauf. Ich so, ja, Glücksbärchis gab es früher auch. Dann habe ich hier mal die Musik vorgespielt und fand ich die auch ganz gut, ne? Muss ich echt sagen. Dann habe ich heute mal geguckt nach Glücksbärchis und dann gibt es eine neuere Version, ich glaube 2014, 2015 wurde rausgekommen. Und was mich dann ja so nervt, ne? Also, was verbindet man zum Beispiel mit den Glücksbärchis von früher? Genau, das Intro. Man ging irgendwie, äh, ich will ein Glücksbärchis sein. Das wäre wunderbar. Oder irgendwie so, ein Glücksbärchis sein. Also, richtig fröhlicher, ähm, äh, Jingle, der dann kam, zum Anfang. Den man sich ja auch gleich so als Ohrwurm abgespeichert hat. Und jetzt ist das echt so ein Bullshit, finde ich. Also, ich habe es angemacht, kurz reingehört. Ich dachte, ne, das ist auch gar nicht. Warum? Warum muss man das? Was eigentlich immer so am prägendsten von den ganzen Dingern war, von den, von den Serien und so weiter. Warum muss man das verändern? Ne? Warum? Verstehe ich nicht. Man hätte ja neue Bilder nehmen können und so weiter, ähm, animierte Glücksbärchis, whatever. Aber man kann das doch eben so lassen. Und dann, genauso wie mit Gummibärenbande, habe ich auch vorgespielt, fand ich auch mega geil. Also, gerade diese, wenn man sich ans Intro erinnert, das kennt jeder, ne? Da können die meisten, die jetzt auch noch, ähm, zuschauen, die können es mitsingen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Und, ja. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da eine neue Auflage kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Und ich habe ein echt schlechtes Gedächtnis. Ne? Aber da muss man sich mal vorstellen, wie sich diese Lieder, auch das von den Glücksbärchis und so, ins Gehirn eingebrannt haben, die man dann einfach mal bei einer Neuauflage ändert. Weiß ich nicht. Finde ich cool. Habe ich ihr dann auch nicht anschauen lassen, dass das mit den Glücksbärchis. Ich weiß. Lächerlich. Aber habe ich ihr dann ausgemacht. Habe ich ihr dann Pepperwood gemacht. Fertig. Liebt sie auch. Ne? Ja. Finde ich dann so. Ja. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Warum muss man super geile bestehende Sachen immer wieder ändern? Nein. Never change a running system. Ja, Kollege, ist rot. Junge, 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 Junge. Das war Kirschrot. Statt noch so halb mehr bei der Ampel. Konnte das auch nicht sehen. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, dann, dann. Dann, dann, dann. Das war ein spezielles Ausfräsenshopper. Wollt ihr auch mal hinzugucken. Habe mir ein Kollege empfohlen. Die haben sollen auch geile Griffe unsere haben. Auch selbsthergestellte, glaube ich. Ist ja auch ne coole Sache, ne? Muss ich hier nochmal schön durch den Online Shop klicken, Da kann man mir mal gucken können. Der hat bestimmt auch so einen Lenker da. Warum soll ich die im Internet kaufen, wenn ich die hier auch kriegen kann? Und vielleicht für den selben Kurs oder vielleicht sogar noch ein günstiger. Dann machen wir das doch lieber. Und dann, hier, das regionale Geschäft stärken, ne? Jetzt habe ich einen Ohrwurm von den Glücksbär-Chiesemonten, oh Mann, das gibt es doch nicht. Und irgendein Viech, und irgendein Viech ist in meinem Helm. Dann hoffe ich gleich mal, dass das DJI Mic 2 auch noch an meinem Helm dran ist. Da wollte ich mir auf jeden Fall noch etwas verdrucken, weil es dann schön wieder mit Sukro hinten dran klebt, so dass ich das immer geil dran machen kann. Ich glaube, das schafft dann richtig. Gucken, vielleicht auch hier einen Magneten nehmen oder noch einen zusätzlichen Bestell, die mit Sukro dran machen und mal gucken, ob das hält. Muss ja auch irgendwie ein schmaler Aufbau sein, auch wenn ich das mal nicht mit mir rumtrage. Aber da könnte ich mir eigentlich auch gut was drucken. Ich werde mir da auch was drucken, ja. Schön, wo der Clip dann hinterkommt und das schön einrastet und fertig ist. Das kann man dann ja noch festkleben und dann kann ich das DJI Mic immer für die Zwecke nutzen und dann auch für andere. Ich habe das DJI Mic ja nicht da hinten drin, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit fahre oder so. Dann will ich ja morgens mal eine Ruhe haben, wenn ich NDR Info höre. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mal so hier noch einen neuen Kanal aufmache. Und dann so ist jetzt unabhängig vom Motorräder, weil ich möchte das auf diesem Kanal ungern machen. Oder ich werde es auf diesem Kanal nicht machen, weil es Blödsinn wäre. Ein Podcast, wo ich dann immer wieder über aktuelle Themen quatsche mit verschiedenen Gästen. Beispielsweise Politik, Sport, aktuelle Themen, whatever, also alles durch die Bank weg. Wollte ich mir so eine kleine Ecke fertig machen in meiner Blockhütte mit zwei schönen Sesseln. Ein Tisch dazwischen, wo man schön sitzen kann und sich wirklich über so Gott und die Welt unterhalten kann. So ein, zwei Stunden, was dann eben ein bisschen geschnitten wird und das man dann so hochladen kann. Und ja, wen es interessiert, der kann sich das angucken. Natürlich kann man auch mal Leute einladen, wo man dann über Motorräder philosophiert. Aber auch, wie gesagt, über rund um alle Themen einfach, wo man wirklich mal auch verschiedene Politiker zu sich einlädt. Die dann, also jetzt regionale, also unsere Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, Europakandidaten und und und. Oder halt Parteivorsitzende oder halt Bürgermeister, die mal kommen, Landräte und und und. Und ich denke mal, da würde sich sicherlich der eine oder andere bereit erklären. Aber man hat ja schon ein großes Netzwerk und kennt viele. Und da wird man mal gucken müssen. Ich glaube, das ist richtig interessant, wo man dann auch mal über so streitbare Themen oder kontroverse Themen diskutieren kann. Ja, ich glaube, ich glaube, das wird echt, echt cool sein. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock drauf. Wie seht ihr das so? Hättet ihr generell überhaupt Interesse daran? Ich meine, so regionale Themen wahrscheinlich nicht so. Aber jetzt mal auch, wenn man über hier Motorräder quatscht, das könnte man natürlich auch auf diesem Kanal bringen mit Motorrädern. Sonst hast du da wieder so Nischen. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, ob ihr sowas, obwohl ihr auf diesem Kanal haben wollt, so Gespräche über Motorräder oder über Motorrad-Themen oder nicht. Oder ob ihr da wirklich generell einen neuen Kanal für machen würdet. Also politische Themen, Meinungen und so, wirklich mit Gesprächspartnern, die wirklich nur diese einen Themen haben, die würde ich auf diesem Kanal nicht bringen. Dann vielleicht eher so Motorrad-Themen, Verkehrsthemen, etc. Ja, schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mich mal echt interessieren. Aber ich finde die Streetball nach wie vor mega geil mit dem 114er Motor. Ich finde, das ist kein Vergleich zu dem vorher von der Sportstar S. Natürlich auch geiles Motorrad. Aber hier fühlt man sich schon so ein bisschen angekommener oder passender. Ja. Das war ein schöner Amarok. Fiel auch ja geil, so Pickups, ne? Ich wollte auch demnächst nochmal, hat er auch schon angeschrieben, soll ich auch wohl mal für ein Wochenende kriegen können. So, jetzt muss ich den Namen nicht aussprechen. Isuzu. Ich glaube wohl, ne? Und dann gibt es ja noch verschiedene Pickups, auch von anderen Marken und so weiter. Die wollte ich einfach mal fahren, weil ich glaube, das würde euch auch mal interessieren. So passt ja gut zum Motorrad, so ein Pickup. Passt ja besser, als wenn ich jetzt so ein E-Ab vorstellen würde. Kann man natürlich auch machen. Muss man wissen, ob man das dann überhaupt will. Hier auf dem Kanal. Aber ich glaube, so Pickups, da hätte keiner Probleme mit. Weil die natürlich auch einfach schocken, ne? Ein bisschen was Unterhaltsahne ist. Einfach mal ausprobieren. Das Problem ist ja immer, ich vergucke mich ja schnell in solche Sachen und will die dann haben, ne? Da muss ich echt vorsichtig sein. Ich sehe mich bis jetzt auch noch keine Ultra Limited gefahren, weil ich genau weiß, was dabei rauskommt. Dass ich dann nämlich so ein Ding auf einmal in der Garage stehen habe und meine Frau mich da unten haut. Spaß! Ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden mit der Street Bomb. Klar, sowas würde mich immer noch bocken, aber erst wenn die Kinder ein bisschen größer sind und sich das dann noch lohnt. Och, haben wir ja noch Glück gehabt auf dieser Tour mit dem Wetter. Ist mal kurzweilig nicht am Regnen. Kann man sich nicht vorstellen, dass es mal nicht regnet. Aber es regnet mal nicht. Joa. Dann sind wir auch gleich wieder zu Hause. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Ton findet. Geht ihr da so mit? Wenn nicht, vielleicht habt ihr euch ja noch Verbesserungsideen. Dann schreibt es auch gerne rein. Lasst es mich wissen. Wir sind eine Community, wir sollen uns gegenseitig helfen. Und das machen wir auch ja. Und ja, besten Dank fürs Zuschauen. Liked das Video, teilt es, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. S았, link larger theoretically. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 和vatgeot.